Unser nächster Kandidat Jean aus Genf wettet, dass er mit verbundenen Augen die Burgunderflasche von Mathieu erkennen kann. Ein herzlicher Applaus für Jean! Meine Damen und Herren, Jean greift zur ersten Flasche. Meine Damen und Herren, bitte Ruhe, volle Konzentration. Was Jean sofort und glasklar erkannt hat, das war keine Burgunderflasche von Mathieu. Er nimmt die zweite Flasche. Und auch das, nicht die Mathieu-Flasche. Die dritte Flasche. Bravo, bravo, das ist sie! Unverkennbar ihre Eleganz und achten Sie auf das Gewicht. So leicht, nur 540 Gramm. Leichter als viele andere in diesem Segment. Und dann das Mündungsband, das ist wirklich etwas Besonderes. Die Winzerfamilie Mathieu aus Salgesch im Wallis war die erste, die so ein edles Exemplar entwerfen ließ. Ihre Burgunderflasche erkennt jeder. Sogar mit verbundenen Augen. Am Schriftzug Albert Mathieu. Rousse Jean, super Leistung!